Hallo, in diesem Video geht es um die Sopranstimme der Nummer 35 aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Das ist der letzte Choral im dritten Teil, bevor der Eingangschor als Dacapo nochmal gesungen wird. Starten wir gleich von vorne. Eins, zwei, drei. Noch einmal bis da. Eins, zwei, drei. Und machen wir noch ein drittes Mal von vorne bis dort. Eins, zwei, drei. Jetzt geht es in Takt sieben weiter. Und nochmal. Und einmal noch. Weiter, Takt 8 mit Auftakt. Machen wir den Teil ab Takt 8 noch einmal mit Auftakt. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal den kompletten Choral ohne Unterbrechung durchsingen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, das war es auch schon von meiner Seite für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch bei der Erarbeitung von diesem kurzen Choral geholfen. Wenn das so gewesen sein sollte, dann gebt dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr das nicht schon getan habt. Ansonsten bleibt mir nur noch euch einen wundervollen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.